Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Skribbelio. Heute wieder mit unserer bezaubernden Judith und den Philipp. Moin moin. Moin moin. So, und mein Magen knurrt schon wieder. Was ist da los? Ich hab heute zu wenig gegessen. So, ich bin da noch gar nicht dran und ich schreib schon. Oh je. So ein langes Wort auch noch. Bist du irre? Was bist denn vor uns nicht? Wieder was braunes. Okay, es ist kein Kopf. Oder es hat nur drei Haare. Drei lange Haare. Ah, Moment, Moment. Oh nein, Mist. Wie jetzt beides? Ja, mich nicht weich. War das ein TikTok? Oder Pac-Man? Hm. Das macht's irgendwie nicht besser, nein. Nee, ne? Ach. Ach, das ist irgendwie ein Bonbon, was zu essen? Nein. Oh. Pff. Mhm. Warum hat es rote Augen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaub, blaue Augen. Den musst du kurz. Blaue Augen, die rot umrandet sind. Also wahrscheinlich hat er schon lange nicht mehr geschlafen. Wenn ich jetzt was male, dann... Könnt ihr doch eh nicht drauf. Ich mach mal hier nicht mehr mit. Ihr seid doof. Ist es denn was zu essen? Was ist denn das hier? Was könnte das denn sein? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es schreiben. Sieht aus wie ein Wal. Mit einem sehr dünnen Schwanz. Also Flosse meine ich. Ihr seid doch gewaltig. Hoppala, das ist ein bisschen dick geworden. Also, da fielen die Ohren. Ist das ein WLAN-Wahl mit einem Aktenkoffer? Ey, was ist das? So, was ist denn das? Eine Maus. Nein. Eine kranke Maus. Nussschale? Ach, dann ist das ein Nussknacker. Ach, schön. Das war ein Eichhornchen. Ich meine... Ach, ein Eichhorn. Hättest du... Hättest du... Hättest du das Schwänzchen ein bisschen dicker... Also... Ja, nicht. Ein Buschiger. Buschiger, ja, stimmt. Ach, Mann. Ich kriege gar keine Frau. Nächst mal, was ist da los? Ich weiß gar nicht, wem du meinst. Muss ich noch mehr machen? Nein. Natürlich. N? Da kommt er jetzt nicht drauf. Echt? Ich meine... Nein. Hä, was ist das? Eine Flasche mit einem N drauf? Mit einem roten N? Ach, oh Gott. Du hast ja mal lange gebraucht. Ja, ich esse den Dreck nicht mehr. Nein, der ist nicht Dreck, aber... Ich esse das halt nicht mehr. Ähm... Oh, oh. Oh. Nee. Das kennt Judith gut. Also, jetzt wegen Geschichte und so. Also, was heißt Geschichte, aber? Was ist das? Spider-Pick? Spider-Pick. Ähm. Oh. Bisschen groß geworden. Ähm. Mensch? Ups. Zwei Augen solltet nicht haben. Also, zwei Pupillen. Ähm. 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 Ich weiß gar nicht. Ich glaub, der hatte... Hatte der nicht noch ein... Also, eigentlich läuft er, glaub ich, sogar auf zwei Beinen. Aber ich glaub, der hat nicht noch so ein Hut auf. Irgendwie so. Kann das sein? Jetzt guckst du nicht vor Filmen, aber... Ja, es ist schrecklich. Ähm. Naja, ähm. Guck mal. Ähm. Was ist er denn? Ich weiß nicht. Gibt's los? Ja, das auch. Aber... Ja, ja. Das ist er. Und der ist ja auch ziemlich... Ach. Ne? Und? Äh. Bitte was? Judith. Denk mal an... Ah, okay. Versteh schon. Ja. Du verstehst, Judith. Dann brauch ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Der hatte... Hatte der nicht eine Mütze auf? Oh Gott. War der nicht ein... Jäger in der Bugs... Nee, Bugs Bunny Show? Ach Gott. Ist es grad gar nicht mehr. Oh, hä. Nee, 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 nee. Ja, auch. Das hat auch sein können. Ja, ja, ja. War der doch, oder? Schweinchen Dick? Schweinchen Dick, ja, ja. Der immer Bugs Bunny jagt? Oder ich weiß es grad nicht. Nee, der der Elmav hat. Das war der andere. Der Jäger. Ah, okay. Ja, ja, ja. Den mein ich ja. Aber ja gut, okay. Dann hab ich den jetzt verwechselt. Ja, gut. Aber Judith ist drauf gekommen. RBD, RBD. Hat er immer gemacht. So. Ja, stimmt. Was? Ich bin raus. Ciao, Leute. Nicht schon wieder. Nicht doch. Was? Ich hab Hunger. Will ich raten. Hallo? Bergspitzen-Kappgedöns. Geschossspitzen, genau. Geschossspitzen. Und da sollen wir einfach drauf kommen, ja? Ja. Mhm. Seh ich nicht. Nee, echt jetzt nicht? Also ich wär wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Eins, zwei, nicht? Nee, sagst du jetzt nicht. Nee, dafür ist es doch viel zu lang. Das sind eins, zwei, drei, vier Worte. Was könnte das denn sein? Eine Flasche? Nee. Mit irgendwelchen Flammenbruch? Ach, was scheiße ist. Hm. Warte mal. Ja. Ach, gibt's doch gar nicht. Oh Gott, Judith. Was denn? Ja, Mann. Was denn? Ähm, Moment. Moment. Hm, ich warte. Ähm. Ich hab, ich, keine Ahnung. Also, der vorletzte könnte vielleicht von sein. Das sieht aus wie eine Getränkeflasche. Das ist eine Flagge. Das ist eine Flagge. Das ist eine Flagge. Italienisch. Ja. Schiefer Tom von Pisa. Das ist doch total schief. Also echt. Ja, also, ja, so die Flasche, die ist, die ist total schief. Ja, ist richtig. Ach, Mann. Ja, gut, okay. Fairerweise gesagt, hättest du die Fahne eher gemalt, hätte man wirklich drauf kommen können. Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Man hätte ja drauf kommen. Ah, Löchen. Ach, Manu. Nee, es sind... Nee, zwei von mal müssen. Das wäre nämlich richtig. Ach, naja, eine würde mir auch schon reichen. Ich hab ja keine. So. Das war's. Ähm. Könnte man noch. Ja, okay, cool. Was kann man? Hm, hm, hm. Was ist das denn? Vielleicht noch so ein paar Knöpfe und so daneben. Ja, stimmt. Ein paar Nippelchen, genau. Das sind die Knöpfe? Ja. Hm? So, könnte man hier noch einen Trick machen. Hm? Hm, hm. Und hier noch. Ist da eine Mikrowelle? Du musst dir vorstellen, dass was drin ist, ist alles so schwarz-grünlich so. Ach, zu spät. Radar? Nee, ich jetzt. Radar? Nee, wie das nie drauf gekommen ist. Oh, oh. Oh, Judith. Judith. Das wirst du sofort. Pass auf. So, ich mach mal hier so. Na, kennt ihr ja schon. Ähm, hm, hm. Große Äuglein. Hä? Lange rote Haare, die im Winde wehen. Guck mal, er kriegt sogar noch ein paar Wimpern, weil ich heute sozial bin. Und eine Nase wäre nicht schlecht. Na, hat es doch so ein bisschen. So. So. Jetzt. So eine kleine Popelnase. Und dann hier aber. Ähm. Hm. Hm. Ja, genau, aber ja, den wollte ich malen. Judith, was machst du denn heute mit mir? Du lenkst mich ab. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Oh. Warum hat die denn jetzt keinen Halt mehr? Kommt schon, kommt schon. Keine Sorge. Das arme Vieh. So. So. Geht dann hier so hoch halt, ne. Dann hat sie hier so ein Gegenstück. Jawoll. Ach. Vielleicht hier so ein bisschen. Judith hat ein bisschen Möffchen. Ja, naja, die hängen ein bisschen. Macht doch nichts. Ich glaub mich doch. Die ist ja auch ein bisschen dünn. Aber dagegen sagt keiner was. Guck mal an. Was ist da los? Ähm. Hätten wir auch ein Raff malen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt komm ich wieder hier. Ist es diesmal der Gerade-Turm von Pisa? Ach nee, es ist ein Auto. Von oben. Nein. Was? Ach. Ach, hör doch auf. P, du weißt es jetzt. Nee. Gut. Das stimmt. Anspitzer, ja? Könnte sein. Okay, rot, gelb. Wie geil. Wird es haben, spielen die Rolle? Nö. Okay. Einfacher denn. Okay. Oh Gott. Also es geht rot rein, gelb wieder raus, oder wie? Nein, es ist einmal groß und einmal klein. Also du warst eigentlich schon richtig. Ja. Nur einfacher. Eigentlich ist das das Wort. Jetzt haben wir aber genug geholfen. Also Anspitzer ist eigentlich richtig, nur halt ein bisschen einfacher. Spitzer? Ja. Schreiben es nicht. Nee. Ja, na klar. Wir schreiben ja auch alle so wie du. Fertig. Klatschen einmal mit den Händen auf der Tastatur und schon haben wir das richtige Wort geschrieben. Oh Gott, ich will jetzt nicht immer mal gucken. Machen wir mal. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, Regal. Bei uns sieht immer alles komisch aus, was wir zeichnen. Also von daher ist das alles in Ordnung. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal mit irgendwelchen anderen Leuten malen, ich glaube, die denken sich, oh Gott, was seid ihr denn für Kunstbanausen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich verprügeln die uns danach. Nimmstens. Oh, technische Zeichnung. Ach Gott. Nee, ähm. Nee, ja, doch, warte, das ist, ähm, warte, warte, warte. Das ist The Forest und so, ne? Nee, echt nicht? Äh, ja, ja. Nee, das ist doch gemein. Nee, ähm. Nee, das ist The Forest. Ja, echt mal. Nee, das ist aber fiech. Ähm. Oh Gott, der wicht. Was ist das denn? Das ist so eine Seilbahn. Ja, anders. Bisschen anders. Lift. Nee, Seilbahn ist richtig, aber ein bisschen anders. Seil, Zug, Maschine. Ja, genau. Schreib's doch rein. Guck mal, ja, genau, was er da jetzt noch dazu malt. Das ist ein Schuh. Das ist kein Schuh. Ja, 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 Seilrutscher. Ja, so schnell kann ich auch nicht schreiben. Hä? Du machst doch nur immer so, und fertig ist. Ach, Mann. Ach, Frau. Ähm, stimmt, das kann ich abmeinen so ein bisschen. Ähm, stellt euch vor, hier ist ein Tisch so, ne? Ist jetzt ein bisschen schief, aber es ist ja wurscht. Schon wieder vorstellen? Ja. Bitte. Jetzt. 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 Ein Tisch. So, bei mir ist es halt so gemacht. So in etwa. Ähm, ja, grau. Hier machen wir schwarz. Mhm. Und dann, ähm, sitz ich hier so. Macht da was mit euch, mit extrem langen Armen. Genau. Und blökt da rein, ja gut. Aber Judith. Mal auf zu atmen, du hast es doch erraten. Wahrscheinlich sogar als erstes, wie ich dich kenne. Ach, nee, doch nicht. Ähm. Welches mache ich dann? Das da. Sitzt du wirklich so hoch? Ja, na klar. Ähm. Sitze quasi unter der Decke. Ähm. Wieso? Ähm. 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 Du mit deinen erotischen Zeichnungen hier. Was ist da los? Ja, ne? Was ist das mit Zunge? Ähm. Wie jetzt? Was? Ach. Nein, 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 nein. Ach, nein. Hä? Ähm. Hätte ich gerne auch schneller drauf kommen müssen. Jetzt wird sie zickig. Danke, Mann. Boah, eine eckige Mütze ist so schön. Oh Gott. Eckiger Körper? Das ist also, wenn ihr das erratet, also das wäre... Ach, nee. Fotosynthese oder sowas? Äh, nee, 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 ähm. Manne könnte es kennen. Nee. Das ist doch schon wieder gemeint. Ich check aus. Wahrscheinlich auch noch... Wahrscheinlich falsch geschrieben. Magnetresonanztomograph. Hm? Falsch. Magnetresonanztomograph, kurz MRT. Ähm. Computer-Tombograph? Ähm. Das ist ein Kaffeebecher. Nein, nein. Also ich kann jetzt kein Weiß benutzen, weil... Ja, der macht doch das. Gut. Extra für die Wettkomm. Hier so. Besser? Ja. Gut. Ähm. Also da ist etwas drin. So. Und... Ähm. Manche Leute... Ist... Für die ist das... Ist da bestimmt was drin, was sie nicht vertragen. Oh Gott. Alkoholvergiftung. Ja, Juli, da ist Alkoholvergiftung drin. Ja, ja, ja. Manno. Ich gehe mit deinem L. Siehst du, aber wir sind gut. Aber Alkoholvergiftung... Du hast gesagt, wenn wir jetzt... Ja, ist nah dran. Die Alkoholvergiftung ist drin, genau. So. Ähm. Judith, das kennst du auch. Also das kennt ihr beide. Wieder so ein langes Wort. Ja, aber das kennt man. Das kennt man. Bis gleich sehen. Frau. Oh, hier hinten ist da auch noch so. Also es ist kein Ohr, ne? Das gehört hier mit zu. Das ist hinter dem. Ist das von oben oder von unten? Von vorne vorne. Oh, dann hat man nicht. Hm? Da so die Ärmchen dran. Ist das im Rollstuhl oder so? Ja, ganz genau. Die sieht so komisch aus. Also ja, ja. Sieht wirklich komisch aus. Ja, also... Sieht aus wie ein Teddybär. Ja. Ja, fast. Komm, hier macht das jetzt richtig so. Nur, dass man das hier nicht durchsieht. Das ist ja so. Ähm. Und dann haben wir hier. Ne? Und es geht auch genau da drum. Jawoll. Das ist richtig geschrieben, oder? Doppel L. Ne, anders. Also es ist das richtige, aber anders geschrieben. Also ein anderes Wort. Ein anderes Wort, genau. So, der kommt hier dann. Ach, so Sicherheitsgurte. Genau. Ne? Foto. Foto. Super, weil ich... Wie der LKW... Also von mir an, ne? Kannst du es sehen. Und sie macht es wieder schwer und fängt mit der 2 an. Siehst du? Ich kenne die Frau. Ich kann ihre Gedanken lesen. Durchs Internet. Ich weiß doch immer. Fertig. So. Warte, ne Spitzkette? Ach, hört doch auf. Was ist denn das? Eine Bergkette. Du hättest ja auch mal den Berg die Kette anziehen können. Das ist eigentlich die Bergkette. Warum nicht? Kann man machen, glaube ich. Ähm. Ach so, Standard, ne? Hm, ein Mittelfinger? Nee. Warte. Dann kann es ja nur ein Penis sein. Sehr schön. Sehr schön. Wie jetzt? Seinertin ist. Ja. Ich bin verwirrt. Das ist auch ein Lichtschalter. Manu. Na, die Lichtschalter wäre ein bisschen zu lang, oder? Gar nicht so warm. Nicht, wenn ich daran glaube. Ähm. Kurz. Kurz. Ja, genau. Ja, mit kurzen Sachen kenne ich mich auch. Was? Was? Guck mal, Judith. Jetzt, jetzt ist für dich auch was Kurzes. Ein Quikki quasi. Hm, damit du direkt drauf kommst. Echt? Warum eigentlich immer rothaarig, Judith? Weiß ich auch nicht. Komik, ne? Mhm. Guck mal, kriegt richtig Schaufenster. Sieh. Komikkel? Nee. Ach so. Ja. Vielleicht noch ein Weiß? Ja, kann ich machen. Kann auch hier noch ein. So. Ich wollte gerade noch einen großen roten Kreis drum machen. Da, hier, da. Judith! Na, Gott sei Dank. Endlich. Gott sei Dank. Ich kann schlafen gehen. Und wir dürfen leben. Ja, wir dürfen. Dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder, weil nächstes und übernächstes Mal fällt aus auf jeden Fall schon mal. Aber ich mache ein anderes Let's Play. Also keine Panik, auf meinen Kanal kommt irgendwas. Irgendwann. Nein, irgendwas kommt schon. Irgendwas, genau. Alles gleich hin. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.